Gesetz Nr. 15 Gesetz Nr. 15 Stehe im Mittelpunkt, um jeden Preis. Mach um jeden Preis auf dich aufmerksam. Denn für die meisten Menschen zählt nur das, was sie wirklich sehen. Nehmen wir einfach mal Mahatma Gandhi. Das war ein großer Mann, er hat wirklich Großes für die Menschheit vollbracht. Doch wer nicht so in den Medien gewesen, nicht so präsent gewesen überall, hätte er das alles nicht erreichen können.